technischer Analphabet, wie ich bin, freue ich mich trotzdem riesig bei euch zu sein. Und zwar sehr spontan. Ganz herzliche Grüße einmal von meiner Frau, der Esther, und natürlich auch von der Gemeinde in Seligenstadt. Wir haben heute einen Familiengottesdienst, nachdem wir eine Holzbauwelt bei uns hatten, mit vielen, vielen Kindern, die riesige Gebäude und die Mauer von Jerusalem gebaut haben die letzten Tage. Und da ist heute der Abschlussgottesdienst, wo ich keine Verantwortung hatte. Von daher konnte ich ganz kurzfristig und spontan zusagen. Ich bin allerdings ziemlich schnell nach dem Gottesdienst wieder weg, weil wir haben da noch einige Aktionen in der Gemeinde heute nach dem Gottesdienst, wo ich dann gerne dabei sein möchte. Ja, ich möchte uns einladen, dass wir nochmal still werden. Jesus war hier, schon bevor wir alle hierher gekommen sind. Er war in diesem Raum. Er hat auf uns gewartet, auf dich gewartet. Er hat sich gefreut, dass du kommst. Und vielleicht machen wir uns das einfach nochmal bewusst, dass er jetzt hier ist und dass er uns begegnen möchte und dass er uns, dass er in unser Leben hineinsprechen möchte. Wollen wir ihn willkommen heißen? Danke, Herr Jesus, dass du jeden von uns kennst, dass du weißt, mit was wir hierher gekommen sind, mit welchen Fragen, Herausforderungen, was uns gerade bewegt, was uns Mühe macht, wo wir uns Sorgen machen. Das siehst du alles. Unser Leben ist vor dir offen wie ein Buch. Und ich danke dir, dass du voller Liebe auf uns schaust. Und ich danke dir, dass du zu uns reden möchtest und unser Leben hineinsprechen möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns offene Ohren, aber auch offene Herzen schenkst für das, was du jedem von uns sagen möchtest. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist. Und danke, dass auch wir hier sein dürfen und dass du uns begegnen möchtest. Amen. Ich hatte in diesem Sommer eine Sabbatzeit. Ich weiß nicht, wer das vielleicht schon mitbekommen hat. Dreieinhalb Monate habe ich eine Auszeit mir genommen und ich bin sehr dankbar, dass unsere Kirche das so empfiehlt. Pastoren, die nach sieben Jahren in einer Gemeindedienst, in einer Gemeinde, soll ermöglicht werden, eine Auszeit von drei Monaten zu nehmen. Meine letzte Auszeit war 2014, acht Jahre her. Letztes Jahr ging es nicht, wegen Corona. Aber ich habe mich umso mehr gefreut, dass mein Gemeindevorstand in Seelingsstadt und auch der BKR, der Bezirkskirchenrat, für meine Tätigkeit für den Bezirk, dass sie zugesagt haben, dass ich in diesem Sommer dreieinhalb Monate Sabbatzeit mir nehmen darf. Und das war, ich habe gemerkt, das war nötig. Die letzten Jahre mit Corona und manchen anderen Herausforderungen, waren doch sehr anstrengend für mich, auch mit immer zwei Hüten auf dem Kopf, Gemeinde und Bezirk. Und so war ich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Zeit der Regeneration und der Erholung und der Neuausrichtung haben durfte. Es war für mich eine unglaublich wertvolle Zeit und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und dann war mir, als ich so in dieser Zeit gestartet bin, war mir ganz wichtig, nach 32 Jahren Pastoren-Dasein, habe ich gesagt, jetzt musst du unbedingt mal diesen Pastoren-Hut ablegen. Jetzt will ich mal in dieser Sabbatzeit einfach nur Kind Gottes sein. Und ich habe gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Dann schlägt man die Bibel auf und liest die Bibel und denkt gleich schon wieder darüber nach, wie kannst du darüber predigen? Und dann betet man und dann betet man sofort und sagt, Herr, die Kirche braucht Erneuerung. Und dann, nein, habe ich gesagt, nein, nein, ich bin jetzt nur Kind Gottes. Ich will nicht über die Kirche nachdenken, ich will auch nicht dafür beten. Ich will meine Beziehung zu Gott, dass sie erneuert wird. Und da hat Gott mir das aufs Herz gelegt, einfach in seiner Gegenwart zu leben. Er hat mich herausgefordert, zu lernen, von Augenblick zu Augenblick mir bewusst zu werden, dass ich in seiner Gegenwart bin, dass er da ist. Und in irgendeiner Weise in Beziehung mit ihm zu sein. Und in diesem Zusammenhang wurde mir dieser Psalm 63 ganz wichtig, den wir in Auszügen gehört haben und den ich einfach nochmal uns lesen möchte. David ist in der Wüste, also da war das richtig dürr, richtig trocken, kein Wasser. Und aus dieser Wüste oder in dieser Wüste schreibt er diesen Psalm, und er sagt, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen, deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben, mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Die Gute Nachricht übersetzt das ein bisschen anders. Sie sagt, du machst mich satt und glücklich wie bei einem Festmahl. Da habe ich gedacht, okay, das ist schon ziemlich anders. Aber was dahinter steckt, ist eine tiefe innere Zufriedenheit, die entsteht, nachdem man nach langem Hungerphase vielleicht jetzt wirklich ein Festmahl hatte. Diese tiefe innere Zufriedenheit, dieses Glück in der Gegenwart Gottes. Und dann, wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Und wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel vorlocke ich. Meine Seele hängt an dir. Das ist fast mein Lieblingssatz in diesem Psalm. Meine Seele klebt an dir. Ich hänge mich an dir fest. Ich will immer an dir dran sein. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. König David suchte Gott. Man könnte sagen, wie das vielleicht so in der modernen Sprache eher gesagt wird, er suchtete nach Gott. Er suchtete mit seinem ganzen Sein nach Gott. Das war seine Sucht. Es gibt ja viele Süchte in unserem Leben, die uns oft gar nicht so bewusst sind. Die meisten davon sind destruktiv. Aber diese Sucht, diese Sehnsucht nach Gott, dieses Verlangen nach Gott, was David hatte, das war sein Glück. So wie wir das vor einiger Zeit mal in der Jahreslosung bedacht haben. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und diese Sehnsucht von König David führte dazu, dass er ständig die Nähe Gottes suchte. Und in dieser Nähe Gottes hat er dann erlebt, wie seine Seele so richtig satt wurde. Und dann spürte ich, wie Gott mich dazu herausforderte, in dieser Sabbatzeit das einzuüben, wirklich alle Zeit, jeden Moment meines Lebens in seiner Gegenwart zu sein und mit ihm in Verbindung zu sein, mit ihm im Gespräch zu sein oder auch einfach nur in Anbetung zu sein. Und da musste ich so an manches Bibelwort denken, das mich irgendwie schon immer herausforderte. Zum Beispiel, wenn Paulus schreibt an die Philippa, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Alle Zeit. Nicht nur ein- oder zweimal am Tag, sondern alle Zeit, jeden Moment deines Lebens. Freue dich an Gott. Und ich habe mich mal gefragt, wie geht denn das? Oder wenn er später dann an die Epheser schreibt, betet alle Zeit. Also nicht nur zweimal am Tag, morgens und abends, wenn wir aufwachen und ins Bett gehen, sondern bete den ganzen Tag, alle Zeit. Und dann habe ich mich gefragt, ja was heißt das denn? Soll ich denn 24, naja, sieben Stunden schlafen, 17 Stunden am Tag mich auf die Knie begeben und irgendwie dann beten? Geht gar nicht. Ich muss ja arbeiten, ich muss ja Haushalt machen oder was auch immer. Nein, das Gebet soll eigentlich während wir unsere Arbeit tun. Alle Zeit, egal was wir tun, können wir mit Gott in Beziehung sein. Oder Jesus benutzt dieses Bild von dem Weinstock und den Reben. Wo er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, bleibt mit mir fest verbunden. Die Reben macht das nicht so, dass sie morgens sich mal kurz in den Weinstock eindockt und dann den ganzen Tag sagt, so jetzt bin ich mal für mich, jetzt mache ich mal mein Kram und dann abends dockt er sich wieder ein, dockt sie sich wieder ein. Macht sie nicht, sie bleibt beständig mit dem Weinstock verbunden, die ganze Zeit. Und da ist ständig, da könnte man jetzt den Landwirt fragen, da ist beständig Austausch. Das sind Stoffe, die ausgetauscht werden und da ist beständig was im Gange. Leben in der Gegenwart Gottes. Ich fand das total herausfordernd, aber Gott hat mich da echt herausgefordert und gesagt, Ingo, nimm diese Zeit, die du hast und übe es. Und da bin ich auf drei Autoren gestoßen, die ich sehr empfehlen möchte, insbesondere zwei von ihnen. Und die haben mich darin total ermutigt und auch begeistert, das einzuüben in der Gegenwart Gottes zu leben, nämlich Bruder Lorenz, Gerhard Terstegen, den kennen manche von einigen älteren Liedern, die wir wahrscheinlich meistens nicht mehr singen. Und Frank Laubach, drei Männer aus drei ganz unterschiedlichen Jahrhunderten. Alle haben sie ein gemeinsames Sehnsucht und ein Ziel gehabt, nämlich, oh, vielen Dank, ich habe das hier total vergessen, ich habe ja eigentlich hier so ein Ding. Die haben mit Leidenschaft das versucht einzuüben, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und dafür wurden sie bekannt und sie haben ihre Tagebücher und ihre Briefe wurden veröffentlicht. Und so habe ich mir mit Gottes Hilfe vorgenommen, jeden Augenblick meines Lebens. Und das habe ich mir auch nicht nur für die Sabberzeit vorgenommen, sondern auch für mein weiteres Leben. Ich will so oft und so viel wie möglich mit Gott in Kontakt sein. Auch und gerade im Alltag. Wenn ich arbeite, dann möchte ich ganz bewusst mit und für den Herrn arbeiten, egal was ich tue. Selbst wenn ich die Garage aufräume. Ich will es mit Gott tun. Ich will es im Gespräch mit Gott tun. Im Zwiegespräch mit ihm. Wenn ich Menschen begegne, sei es beim Spazierengehen oder beim Einkaufen oder in der Gemeinde, ich möchte sie segnen. Ich möchte mit Gott über sie im Gespräch sein. Ich will beständig in meinem Herzen Gott anbeten. Das, was ich einmal machen werde, wenn ich bei ihm bin, dann werde ich beständig Gott anbeten. Das will ich jetzt schon einüben in meinem Alltag. Alltag, alles, was ich tue, soll eine Anbetung Gottes sein. Jetzt müssen wir gucken, ob ich das hinkriege. Bruder Lorenz schreibt in einem seiner Briefe Folgendes. Ich sehe es ja auch hier. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Christ ein erfülltes Leben führen kann, ohne sich darin zu üben, in der Gegenwart Christi zu sein. Ich für meinen Teil bleibe, solange ich kann, im Zentrum meiner Seele in ihm eingekehrt. Das ist vielleicht ein bisschen eine komische Formulierung. Es ist der Glaube, dass Jesus hier in meinem Herzen lebt, dass Jesus in mir ist, dass ich ihm hier im Zentrum meiner Seele begegnen kann. Dass hier ein Raum ist in meinem Herzen, wo ich Jesus begegnen kann. Wir müssen unsere Gedanken immer wieder zu Gott zurücklenken. Wann immer wir feststellen, dass unser Gemüt von ihm abehrt, müssen wir es gelassen in seiner Gegenwart zurückrufen. Und Frank Laubach beschreibt seine Einübung der Gegenwart Gottes folgendermaßen in seinem Tagebuch. Aber diese Sache, ständig mit Gott in Berührung zu bleiben, ihn zum Gegenstand meiner Gedanken und zum Begleiter meine Gespräche zu machen, ist das Erstaunlichste, was mir je begegnet ist. Es geschieht tatsächlich. Und dann sagt er, es gelingt mir nicht einmal einen halben Tag lang. Noch nicht. Aber ich glaube, ich werde es eines Tages einen ganzen Tag lang tun. Es geht darum, sich eine neue Gewohnheit des Denkens anzueignen. Und weiter schreibt er, Nun liebe ich die Gegenwart des Herrn so sehr, dass wenn er mir auch nur eine halbe Stunde aus dem Sinn geht, wie es jeden Tag viele Male geschieht, das Gefühl habe, als hätte ich ihn verlassen und als hätte ich etwas sehr Kostbares in meinem Leben verloren. Ich mache euch Mut, vielleicht euch von den beiden Autoren, insbesondere Frank Laubach und Bruder Lorenz, Literatur zu beschärfen. Ich glaube, sie haben etwas entdeckt, was uns weitgehend verloren gegangen ist. Und ich bin überzeugt, und es war mir, glaube ich, noch nie so klar, dass das wirklich die Berufung eines jeden Einzelnen ist, der Jesus nachfolgen will. Es ist unsere Berufung, in der Gegenwart Gottes zu leben. Das ist nicht die Berufung von ein paar Heiligen. Es ist unsere aller Berufung, das einzuüben. Ich habe mich gefragt, Ingo, wie weit bist du gekommen in deiner Sabbatzeit? Ich weiß es nicht, Gott weiß es. Vielleicht habe ich am Anfang der Zeit 10% meiner Zeit bewusst in der Gegenwart Gottes verbracht und jetzt sind es vielleicht 15%. Schwer zu sagen, es waren mal vielleicht in der Sabbatzeit selber 20% bis 25%. Gott weiß es. Aber ich habe mich entschieden, ich will diesen Weg gehen und ich möchte es einnehmen und ich bin überzeugt, mit der Gnade und der Hilfe Gottes werde ich darin wachsen. Und ich glaube auch, dass Jesus unser Vorbild darin ist. Jesus hat es uns vorgelebt. Er hat beständig mit Gott in der Verbindung gelebt. Er sagt, ich tue nichts, ich sage nichts. Man könnte fast sagen, ich denke nichts, was nicht Gott mir gibt, was ich nicht Gott tun und sagen sehe. Er war so abhängig von Gott, jeden Moment seines Lebens, dass Gott beständig durch ihn wirken konnte. Jetzt sagen wir, naja, Jesus war ja Gott. Gott, ja, er hat sich entleert. Er hat seine Gottheit abgelegt in dieser Zeit. Er hat das getorn durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch den selben Heiligen Geist, der auch uns gegeben ist. Und er fordert uns auf, ihm nachzufolgen. Vielleicht werde ich das nie erreichen, was Jesus erreicht hat. Wahrscheinlich werde ich es nicht erreichen. Und dennoch möchte ich in jedem Moment meines Lebens einüben, so in der Abhängigkeit von Gott zu leben. Ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn wir dieses beständige Leben in der Gegenwart Gottes, wenn wir das einüben, dann verändert das alles. Es verändert alles. Unser ganzes Leben wird sich verändern. Wir werden plötzlich gelassen, weil wir uns der Gegenwart Gottes bewusst sind. Der ist ja immer da. Aber wir werden uns dessen bewusst. Gott ist da. Wir werden plötzlich von einem tiefen Frieden erfüllt. Wir werden ruhig. Alles andere verliert an Bedeutung. Wir werden die Süchte in unserem Leben, wir verlieren ihre Macht, weil die Sehnsucht, das Schreien und das Sehnen unserer Seele bei Gott Nahrung findet. Wir lassen die Götzen in unserem Leben plötzlich los. Wir merken, sie halten nicht, was sie versprechen. All die Dinge, denen wir nachjagen und wo wir so viel Zeit und Geld investieren und am Ende doch genauso leer sind wie vorher. Wir werden frei. In der Gegenwart Gottes werden wir frei. Wir hören auf uns, um uns selbst zu drehen und wir werden zunehmend erfüllt von neuen Dimensionen der Liebe, die uns bewusst wird von Gott, aber auch der Liebe zu Gott und der Liebe zu unserem Nächsten, zu unserem Mitmenschen. Das ist unsere Berufung. Leben in der Gegenwart Gottes. und darin tiefgreifende Veränderung zu erfahren. Gott sehnt sich nach uns. Jesus sehnt sich nach dir. Den ganzen Tag. Er ist da, er ist jeden Moment da und freut sich jedes Mal, wenn du mit ihm Kontakt aufnimmst, wenn du seine Gegenwart suchst, wenn du dir bewusst wirst, dass er da ist. Wir waren in der Sabbatzeit, meine Frau und ich, in Spanien für drei Wochen. Das ist unser Lieblingsland, wo wir gerne Urlaub machen. Fahren wir mit dem Auto runter und wie es da so ist, meine Frau hat dann in Spanien Corona bekommen, was man natürlich gar nicht gerne hat. Ich habe dann drei Wochen in diesem kleinen Hotelzimmer neben ihr gelegen und habe die ganze Zeit gedacht, Herr, bitte, schenk, dass ich nicht auch noch krank werde. Und Gott sei Dank, er hat das geschenkt. Ich bin nicht, habe mich nicht eingesteckt und für mich ein Wunder. Aber ich habe mich natürlich gefragt, was mache ich denn jetzt in dieser Zeit, in diesem kleinen Hotelzimmer, weil meine Frau wirklich flach, die lag im Bett. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich doch mal für zwei Stunden ans Strand. Und ich sage euch, das war einfach nur doof. Ohne meine Frau ist alles doof. Ich bin, ich habe es kaum ausgehalten. Ich musste dann wieder ins Zimmer zurück. Wir hatten diese drei Wochen gemerkt, wir kannten ja niemand anderes, wir waren wirklich aufeinander bezogen in diesen drei Wochen. Wir haben ganz enge und tiefe Gemeinschaften miteinander gehabt. Wir waren eigentlich immer in Gedanken bei dem anderen, egal ob wir zusammen waren oder nicht. Und für mich war das irgendwie so auch ein Bild geworden. Wenn wir, wenn unsere Beziehung zu Gott in die Tiefe wachsen soll, dann braucht es Leben in der Gegenwart. Und selbst wenn wir unterwegs sind, sind wir in Gedanken bei Gott. David hat gesagt, Tag und Nacht bin ich mit meinen Gedanken bei dir. Das ist ein Ausdruck von Liebe. Und ich habe eines gemerkt in dieser Sabbatzeit, ich bin lange nicht am Ziel, da ist noch viel Luft nach oben, so wie die beiden Autoren das sagen. Das sind lange Phasen meines Lebens, wo ich merke, in meinem Alltag, wo ich merke, oh, ich war gar nicht bei Gott mit meinen Gedanken. Macht nichts. In dem Moment, wo ich es merke, kehre ich zu ihm zurück und ich werde es weiter einüben. Aber was ich gemerkt habe in diesen Tagen ist, ich habe mich ganz neu verliebt in Gott. Ganz neu verliebt in Jesus. Und ich glaube, das geschieht genau, wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, dann verdienen wir uns neu in ihn. Ja, die ersten zwei Monate ging es also wesentlich um meine ganz persönliche Gottesbeziehung und dann fing ich mit Gott oder Gott mit mir an, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, über Gemeinde und Kirchen zu reden. Das kam dann doch als Thema und bei diesem Nachdenken ist mir dieser Vers 3 aus dem Psalm ins Auge gestochen. David sagt hier, so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Ich wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Das heißt, David hat eine eine große Sehnsucht danach, die Macht und Herrlichkeit Gottes zu sehen. Ich weiß nicht, ob wir das kennen, ob du das kennst. Eine Sehnsucht danach, die Macht und Herrlichkeit Gottes zu sehen. Ich schaue aus nach dir in deinem Heiligtum, weil ich gerne deine Macht und Herrlichkeit sehen möchte, sagt David. Ich glaube, David hat Sehnsucht, wahrscheinlich wusste er es nicht, er wollte Jesus sehen. Denn Jesus ist die Macht und Herrlichkeit Gottes. Er hat Gott offenbart. Er hat offenbar gemacht, was das bedeutet, Macht und Herrlichkeit Gottes. Johannes sagt, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Jesus hat so mächtig gewirkt unter uns, unter den Menschen damals. Er hat Wunder getan, er hat Menschen geheilt, er hat Menschen radikal verändert, ich denke an Zacchaeus, den Zöllner. Die Begegnung mit Jesus hat Menschen in der Tiefe ihres Herzens verändert. Und Jesus hat nicht aufgehört zu wirken, nachdem er in den Himmel gefahren ist. Er hat durch seinen Heiligen Geist in der Apostelgeschichte lesen, er hat weitergewirkt. Mit Macht und Herrlichkeit wurden Menschen verändert, geheilt, sind umgekehrt zu Gott, haben Buße getan. Da habe ich in der Sammerzeit diese vier Evangelien und der Apostelgeschichte immer wieder gelesen und so einen kräftigen Vorgeschmack bekommen von dem, wie es aussehen kann, wenn Jesus in seiner Macht wirkt. Und wenn David von Heiligtum spricht, dann meint er das heilige Zelt, das aufgebaut wurde, bevor der erste Tempel überhaupt existierte. Wo ist heute das Heiligtum Gottes? Das Herz des Menschen, unser Herz. Hier lebt Jesus und es ist die Gemeinschaft der Gläubigen, wo Jesus lebt. Wo Jesus gegenwärtig sein will. In der Gemeinschaft derer, die zu Jesus gehören. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Wir, seine Kirche, seine Gemeinde, wir sind sein Heiligtum. Wir sind sein Tempel. Und hier bei uns und in uns und durch uns will er seine Macht offenbar machen. Paulus schreibt, Gott kann unendlich viel mehr tun an uns, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Und wir sind ja in einer ganz individualisierten Zeit, wo wir einfach sagen, ja, in uns heißt hier in mir, heißt es auch, aber es heißt eben auch in unserer Gemeinschaft. Die Macht Gottes in unserer Gemeinschaft kann so viel größer sein, als das, was wir erleben. Und so stellt uns dieser Psalm vor eine zweite Frage, nämlich, wenn wir zusammenkommen in unseren Gottesdiensten und in Kleingruppen, haben wir Sehnsucht, Gottes Wirken zu erfahren. Wie kommst du, wenn du in den Gottesdienst kommst, hierher? Hast du morgens schon deine Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht und gesagt, Jesus, ich wünsche mir, wenn wir Gottesdienst feiern, dass du mit Macht und Herrlichkeit dich offenbarst in unserer Gemeinde. Ich glaube, ich predige zu lange, kann das sein? Ein letztes Bild, was ich euch mitgeben will, das von dem Wasser. In der Bibel ist das Wasser immer wieder ein Bild für Gottes Wirken und Gottes Gegenwart. Und auch hier in dem Raum ist Wasser. Das sehen wir noch nicht. Luftfeuchtigkeit, ich weiß nicht, wie hoch sie ist, ich habe nichts zu messen hier, aber hier Luftfeuchtigkeit, hier ist Wasser im Raum. So ist Gott überall gegenwärtig. Aber wir spüren ihn oft nicht, wir erfahren ihn nicht. Und wenn sich Wasser verdichtet, wenn sich jetzt hier Wasser verdichten würde, dann hätten wir vielleicht hier Nebel unter der Decke. Und wenn sich das noch weiter verdichten würde, dann wären hier schwere Wolken im Raum. Und wenn sich das noch weiter verdichten würde, dann würdet ihr alle eure Regenschirme, die ihr nicht dabei habt, aufspannen. Und wenn es dann noch weiter sich verdichten würde, dann würden wir fragen, gibt es hier vielleicht ein Boot? Weil das Wasser so steigt. Und so ist die Gegenwart Gottes überall und immer gegenwärtig, aber es gibt Momente, wo Gott seine Gegenwart verdichtet, wo man plötzlich spürt, dass Gott da ist, wo Gott erfahrbar wird, wo Dinge sich verändern. Und das ist die Sehnsucht, das ist die Sehnsucht, die David hat, das Wirken Gottes mit Macht zu erfahren. Und wenn Gott gegenwärtig ist, wenn er seine Gegenwart verdichtet in der Gemeinde, da wo Menschen, die ihn lieben, zusammenkommen, dann geschieht genau das, was hier steht, dann geschieht, dass Menschen überführt werden von Sünde. Und das ehrlich gesagt haben wir kaum in unseren Gemeinden. Oder? Also mein Eindruck. Als Jesaja in der Gegenwart Gottes war, der Prophet Jesaja, was hat er gesagt, wehe mir, wehe mir, ich bin ein Sünder. Ich kann vor diesem heiligen Gott nicht bestehen. Und aus der Sündenerkenntnis erfolgen Bekehrungen, dass Menschen umkehren, dass sie sagen, Mensch, ich brauche Gott, ohne Gott bin ich verloren. Dass Menschen erkennen, ohne Gott nicht leben und nicht sterben können. Und dann geschieht Heiligung, tiefgreifende Veränderung des menschlichen Herzens. Wenn Gott gegenwärtig ist, dann werden Menschen verändert, so wie Zacchaeus eben verändert wurde in der Tiefe seines Herzens. Und dann habe ich manchmal den Eindruck, dass Menschen 20, 30 Jahre lang in den Gottesdienst kommen und sie verändern sich nicht. Wie kann das sein? Und dann, wenn Gott gegenwärtig ist, geschehen Heilungen. Körperlich, seelisch, ganzheitliche Heilung des Menschen bis hin in die Beziehung hinein, dass Beziehungen wiederhergestellt werden, die vielleicht schon Jahrzehnte zerrüttet waren. Es ist die Sehnsucht nach diesem übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben und in unserer Gemeinde, in unseren Zusammenkünften. Darf ich ehrlich sein, ich bin überzeugt, dass wir gemessen an der Schrift, gemessen an der Postgeschichte viel zu wenig von dem Wirken Gottes in unseren Gemeinden erleben. Woran liegt das? Kann es sein, dass uns diese spürbare und wirksame Gegenwart Gottes, die seine Macht entfaltet, durch den Heiligen Geist irgendwie abhandengekommen ist? Wenn das stimmt und ich befürchte, dass es stimmt und damit komme ich eigentlich zum Ende und zum letzten Gedanken, dann müssen wir mit dem Psalm 63 anfangen. Dann glaube ich, braucht es wieder einen neuen Hunger nach Gott, einen neuen Hunger nach Gott, nach seiner Gegenwart, einen Hunger nach seinem Wirken in unserem Leben und in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, in der Kirche in Deutschland. Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich schaue nach dir aus in deinem Heiligtum. Wollte gerne Sehen, deine Macht und Herrlichkeit. Das ist das, was ich euch wünsche, das ist das, was ich mir wünsche, das ist das, was ich der Gemeindezedligen Tagstatt wünsche, das ist das, was ich der Kirche des Nazareners in Deutschland und darüber hinaus dem Leib Jesu in Deutschland von Herzen wünsche, dass wir wieder einen neuen Hunger nach der Gegenwart Gottes haben. Ganz persönlich in unserem Leben, aber auch, wenn wir zusammenkommen, im Namen Jesu, dass wir diese verdichtete Gegenwart Gottes erfahren. Leide uns ein, dass wir noch mal kurz stiller halten. Vielleicht magst du einfach mit Gott ins Gespräch kommen und ihn bitten, dass er dir diesen Hunger neu schenkt. Vielleicht hast du einen Hunger nach Gott und sagst, Gott, lehre mich, dich in deiner Gegenwart zu leben. Diesen Hunger umzusetzen, indem ich dich suche, indem ich dich mehr und mehr finde, meine Liebe zu dir erneuert wird. Moment, Moment, stillen Gebetes halten. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du unsere Gebete gehört hast. Du kennst unser Herz. Erneuere es, fülle es mit Hunger nach dir und lass uns mehr und mehr von deiner Gegenwart erfahren. Zu deiner Ehre, Herr. Amen.